Hi Leute und willkommen zum Genshin Impact. Wir wollen jetzt ans Schlachtfeld und mal gucken, was da vor sich geht, wen wir verprügeln sollen. Ich hoffe, da ist jetzt auch wirklich was Gutes los. Machen wir nochmal Crit-Chance rein. Und wehe, da ist jetzt nicht gemetzelt. Ne, dann ist... Guck mal, hier ist... Oh, 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 jetzt. Alle gingen ein, oder was? So, you are the only one here? Hm. I thought I might get to meet your grand strategist. She is the one that's been causing our forces so much trouble. The fact that the resistance has even held out for this long is thanks to her. Aber bald wird die Resistenz fallen. Wir haben bereits diejenigen, die hinter der Resistenz herausgefunden haben. Alle, die den Heiligen Shogun verletzten, werden sie verletzten. Ich glaube, in ihrer Exzellanz und in die Soldaten der Resistenz. Der Vision Hunt ist ein brutales Injustiz. Unsere Resistenz hat nur gerade angefangen. Es ist schuldig. Es gibt eine andere Sache. Ich bin sicher, dass du die recenten Arresten verletzt hast. Ich glaube, dass der Blonde Traveller ist irgendwo zwischen deinen Fortschritten. Ich werde dir ein Problem machen. Hand ihn zu uns, und du kannst dir ein paar Zeit. Eine Respite von der Bloodshed wäre für beide Seiten notwendig. Das ist deshalb, warum hast du Reinforceungen gebracht? Nur um... Er ist sehr wichtig für den Heiligen Shogun. Aber wie ich es sehe... Er ist verletzend von der Resistenz. Das ist da, wo du falsch bist! Er bedeutet nur so viel zu uns. Als Mitglied der Resistenz ist er ein Freund. Ich werde ihn niemals überraschieren. Die Resistenz niemals verletzt sich selbst. Er ist sehr wichtig. Er ist sehr wichtig. Und wenn das Ganze beginnt. Einer Seite wählt sich für die höheren Kraft. Es gibt wenig Sinn. Seine Motiven sind klar. Sie will die Matches als eine Möglichkeit, dich zu beobachten. Well... Was denkst du? Wenn das jetzt wieder so ein Fake-Fight ist, ne? Die ich gar nicht gewinnen kann. Dann ist er vorbei. Was? Was? Hab ich was verpasst? Was? Was ist denn ernst? Tschüss. Hehe. Ich dachte, da kommt jetzt ein richtiger Gegner oder so. Irgendwie so einer mit... 300.000 Leben. Ja, guck mal, da kommt doch einer. Kann zwar nichts sehen, weil sie den Helm so tief runtergezogen hat. Ja, guck mal, der hat ein bisschen mehr Leben. Komm. Ja, zeig mal. Okay, jetzt seh ich. Ja, okay, hatte doch nicht mehr Leben. Das haben wir so. Stronger than I anticipated. This contest has served its purpose. Soldiers, attack! Glory to the Shogun! Prepare to engage! All of you, with me! Now! Charge! Ah, jetzt kommt die andere, äh, also ihre Anführerin. Das war ja auch ein Lifestream zu sehen. Oh, Herr Excellency! The wait is over, my comrades. Now is our moment! Calm as the breeze, my lady. I just hope you can afford all these mercs you've gathered! We meet again, old friend. Retreat! All forces, retreat! Nichts der Charakter, den ich lieber hätte als Ayaka. Greetings! Well, this is the first time we've met. Please, allow me to introduce myself. I am Sangonomiya Kokomi, organizer of the Resistance and also the Divine Priestess of Watatsumi Island. Perhaps, it's the first time you're hearing that title. To put it simply, I'm the person currently in charge on Watatsumi Island, which is also the home front of the Resistance. I've actually heard all about you from Beidou and Kazuha. I hadn't expected to find you join the Resistance, though. Do you have a plan beyond this point? Hmm. In that case, shall we continue our conversation at the Shrine of Sangonomiya? Although the Shogun's army has retreated for now, the war is far from over. The Vision Hunt Decree has not been repealed, and neither the Tenryo Commission nor the Raiden Shogun show any sign of stopping. In short, I suggest we move to the Shrine to discuss our counterplats. Um. Can I... I know Watatsumi Island very well. I can... Goro. Thank you for all you have said. Our forces are weaker. I'm afraid I must still... Well receive your... Ah. Thank you. Fight. For the future. Langsam kommt er mir sehr, sehr komisch vor. Oh nee. Wenn du mir jetzt wieder sagst, ich muss irgendwas anderes machen, ne? O程. Okay. This is done. Story is over. Yeah, ne? War ein schönes Update. Ich warte dann aufs nächste. Wir sind fertig. Anscheinend. What if… Wurt dass ich drinste? jahr programmiert also ich habe doch mindestens gedacht noch drei vier stunden lang sorry bekommen ja da hätte ich heute ja auch noch ein anderes spiel spielen können okay was machen wir denn jetzt dann schon uns mal den artefakt dungeon an ja natürlich schweb hier einfach in der luft stört keinen so was oben oder hier unten ist hier unten neben ist noch mal direkt okay also die elektro cool ist viel zu leicht zu finden also bis jetzt sollen da irgendwie 90 plus stück sein habe ich jetzt schon alles die ganzen sterne ja das ist das und das war andersrum nur die aufländerraten okay okay dann hätten wir